Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Freitagsvideo. Ich habe mir meinen Kaffee zur Hand genommen und nehme heute mal ein Video auf. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen, warum eine WordPress-Webseite auch 10.000 Euro kosten kann. Und ich möchte mal einfach ganz offen und transparent darüber reden, was alles in so ein Projekt reinfließt. Denn ich kriege immer wieder Kommentare, wo es heißt, eine WordPress-Webseite, die ist doch irrsinnig schnell aufgebaut. Du baust das doch in zwei Stunden im Tutorial auf. Und deswegen möchte ich ein bisschen Mindset-mäßig darüber sprechen, was es überhaupt heißt, eine Webseite aufzubauen und was da alles mit reinfließt, beziehungsweise warum sie dann eben auch mehr kosten kann. Das heißt, wenn dich dieses Thema interessiert, bleib dran, weil wir schauen uns da jeden Aspekt dazu an. Ja, wenn man über WordPress spricht, hat jeder so dieses Gefühl, das ist irgendwie ein Homepage-Baukasten. Das ist alles super einfach und wir klicken das zusammen und so weiter und so fort. Der erste Eindruck täuscht aber manchmal. Denn es liegen Welten zwischen einer einfach zusammengeklickten Webseite, so wie ich es teilweise in Tutorials für Anfänger mache, und einer durchdachten Webseite, die vielleicht mit dem Corporate-Design zusammen aufgebaut wurde und gleichzeitig auch nochmal ein paar Funktionen mitbringt. Und deswegen möchte ich jetzt ganz vorweg einmal ein paar Dinge zusammenfassen, beziehungsweise dir auch darlegen, beziehungsweise auch zeigen, warum gewisse Dinge damit hinein zu berechnen sind und warum meine Webseite dann auch mal 10, 20, 30, 40.000 Euro kosten kann. Also bei mir ist es so, grundsätzlich 10.000 Euro Webseiten habe ich schon verkauft oder Shops, aber ich habe nicht eine Webseite um 30, 40.000 Euro verkauft. Das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, aber gibt es genauso. Jetzt möchte ich kurz, aber vorweg eben das mal kurz auch aufklären, zuallererst was fließt einmal in so eine Webseite überhaupt rein. Also was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, bei uns beginnen halt so die Webseiten bei 2.000 Euro netto circa und das hat auch einen Grund. Ich meine, ich habe 8 Jahre Erfahrung, ihr wisst ja selber von YouTube, wie viele Videos ich gemacht habe, wie viele Plugins ich getestet habe und so weiter und so fort. Diese Erfahrung zahlt mir niemand, aber das rechne ich sehr wohl in meine Projekte mit rein. Also nicht, dass ich das jedem Kunden verrechne, dass ich mir Plugins gekauft habe, sondern da rechne ich mit rein, dass ich genau weiß, was ich tue oder was wir nicht tun in der Agentur. Das ist einmal Punkt Nummer 1, was viele auch eben nicht verstehen, warum ich keine Preise auf meiner Webseite mehr habe oder warum ich keine stundenbasierte Aufschlüsselung gebe oder sonst irgendetwas. Oder warum die Leute immer sagen so, du brauchst ja nur 10 Minuten für das, warum ist das jetzt ein Problem. Das regt mich ziemlich auf, also es regt mich nicht auf, aber ich muss das dann immer aufklären, weil ich denke, das muss einfach jeder verstehen, dass wenn das für mich 10 Minuten dauert, heißt das einfach nur, dass ich das schon so oft gemacht habe, dass ich es kann. Deswegen will ja auch jemand von mir eine Webseite und nicht von jemand anderem, der vielleicht weniger Ahnung hat. Das ist einmal ein ganz, ganz großer Punkt, den viele nicht sehen. Das heißt, die Erfahrung und dass ich einfach einen Gesamtüberblick habe über das, was notwendig ist und was nicht. Und das ist halt etwas, wenn man, ich weiß nicht, kein ein Jahre altes Auto von einer Automarke kauft, sondern eben ein BMW oder Audi oder Mercedes oder was auch immer, dann kauft man da die Erfahrung ja mit und die Marke mit. Und das geht überall so. Deswegen werde ich auch nie jemandem sagen, ich habe jetzt 5 Stunden für die Webseite gebraucht, deswegen verrechne ich dir nur 5 Stunden. Das wäre ja völlig blöd. Also denkt da mal drüber nach, wie ihr da verrechnet. Vor allem gerade viele Freelancer oder auch gleich am Anfang haben immer dieses Gefühl, auch wenn sie mal weniger brauchen für eine Webseite, das ist 10, 20 Stunden, haben sie ein schlechtes Gewissen, wenn sie da mehr als 100 Euro in der Stunde bekommen. Aber da fließt ja viel Erfahrung mit rein und so weiter. Das nächste ist Kommunikation. Kommunikation mit dem Kunden. Das ist nicht nur eine kleine Kommunikation, sondern das heißt teilweise auch Konzeptionierung, dass man ihnen zeigt, wo sie vielleicht Bilder herbekommen, die sie sich raussuchen können. Dann heißt das auch, dass man bei den Revisionen auch mal hier und da sich nochmal zusammensetzt, ob jetzt digital oder per Telefon oder wie auch immer, und das Konzept überarbeitet. Das sind alles Themen, die kosten, Zeit und Stunden. In großen Unternehmen wird das einfach ganz beinhart pro Viertelstunde verrechnet oder so. Bei Consultingfirmen wird das gemacht und sonstiges. Bei einer Webdesignagentur heißt das immer so, ich habe einen Paketpreis gekauft, da geht das nicht. Aber aus meiner Sicht gehört das genauso dazu. Wir kalkulieren das, wie gesagt, in die Paketpreise mit rein, die wir den Leuten anbieten. Oder in den Gesamtpreis, den wir den Leuten anbieten. Aber natürlich fließt das alles mit rein. Kommunikation ist ein irrsinnig großer Part und das kommt sehr stark auf den Kunden drauf an, aber kann auch mal mehrere Stunden ausmachen, weil der Kunde einfach Erklärungsbedarf hat. Das kann man minimieren, indem man halt sehr klar strukturiert arbeitet und sehr klare Onboarding-Prozesse hat und sehr klare Prozesse generell in der Agentur. Aber generell ist das ein großes Ding. Dann kommen wir aber noch zu den Sachen wie zum Beispiel Programmierung und Sonderaufgaben in einer Webseite. Also wir arbeiten oft mit Custom Post Types, mit individuellen Feldern, mit ACFs. Wir arbeiten oft mit kleinen Programmierungen, die wir mit einbinden, kleinen Funktionen. Wir haben spezielle Formulare, die wir dann teilweise wirklich sehr komplex aufbauen, wo man das zu der Webseite nochmal konzeptionieren muss. Bei Landingpages musst du umso mehr aufpassen. Dann nehmen wir teilweise Copywriter dazu oder fragen nach, was benötigen wir denn auf einem OnePage. Dann muss man umso mehr auch nochmal im Konzept darauf achten, okay, was muss da rein, welche Sektion macht Sinn, welche nicht. Dann überhaupt generell die Konzeptphase, das ist auch ein riesiger Part, die dort reinläuft bei uns. Also, dass wir überhaupt einmal die Daten sammeln, die wir vom Kunden bekommen und diese dann aufbereiten und uns anschauen, okay, wie können wir die optimal platzieren, wie schaut die Konkurrenz aus, was macht Sinn und gleichzeitig, dass wir auch in die Zukunft denken. Was macht Sinn, dass die Firma die nächsten fünf Jahre eine Freude an dieser Webseite haben. Genauso schauen wir uns dann natürlich auch gleichzeitig an, okay, welche Usability ist da vielleicht interessant, welche Keywords sind interessant, dass wir die vielleicht gleich richtig im Suchmaschinenoptimierungstechnisch OnPage hinterlegen, so dass wir jetzt keine, wir versprechen da keine Rankings oder so, aber einfach damit das alles passt, dass wir cleane Links haben. Wir bauen dann teilweise dazu auch noch andere Dinge, so dass wir sagen, da kommt noch eine Facebook-Seite dazu, die wir damit verbinden. Wir bauen das noch auf, wir bauen dort noch auf, wir binden noch das Tracking ein oder wir tracken generell Goals oder Ziele mit Analytics oder mit dem Tag Manager und das sind alles Dinge, die dann eben obendrauf auf so Webseiten kommen. Die meisten sehen halt, das was man vielleicht von Fiverr oder so auch kennt, wenn man dort eine 300, 400, 500 Euro Webseite kauft, da installiert dir jemand ein Template und der baut dir die Unterseiten so, wie er sie immer baut und die Sache ist erledigt. Da ist aber nicht viel Individualität. Ich sage jetzt nicht, dass die Webseite schlecht ist oder so, aber das kommt immer sehr stark darauf an, auch was der Kunde will. Also ich will keine Kunden, die irgendwie ein Standard-Massenprodukt haben wollen, sondern die Kunden wollen schon ein bisschen Individualität und das ist auch okay, aber die Individualität heißt nicht, dass es immer jedes Mal komplett anders ist. Also wir haben, wie ich euch schon gesagt habe, wir haben ja klare, klar definierte Prozesse, die wir auch durchgehen. Wir haben ähnliche Themes, die wir nutzen, ähnliche Produkte, die wir nutzen und bauen aber damit sehr individuelle Lösungen teilweise auf. Aber es ist natürlich für jeden an sich was anderes oder für jeden Kunden etwas anderes. Genau, ebenfalls die Einstellungen und so Sachen wie, ich kenne hunderte Agenturen oder habe hunderte Agentur-Webseiten übernommen, die waren auch größer als ich, also vom Team her. Und die haben keinen Search-Konsolen-Eintrag gemacht, haben fatale, oder nicht fatale, aber die haben schlechte Einstellungen getroffen, schlechte Plugins genutzt, die schnell eingegangen sind oder Kleinigkeiten wirklich mit Plugins auch gemacht und so weiter. Ich nehme mich da selber nicht raus, weil es kann auch sein, dass ich mal, dass mal jemand von mir eine Webseite übernimmt und sagt, das ist katastrophal, das ist völlig in Ordnung. Es gibt ja hunderttausende Wege, sage ich mal, nach Rom oder in dem Fall zu einer WordPress-Webseite, aber da fließt halt viel mit rein. So, das ist das, was alles da mit draufkommt. Und dann kommt noch ein großer Part und das ist das, was viele nicht verstehen. Je mehr Content du hast, desto genauer musst du darauf achten, wie du den einbindest. Wenn dein Kunde fünf Texte mit 300 Wörtern schickt, ist das relativ klar. Da machst du entweder ein One-Pager draus oder ein paar Unterseiten und die schauen immer ähnlich aus und fertig. Aber wenn da jemand, wie wir es auch hatten, irgendwie Magazinportale oder sonst irgendwas aufbaut, wo wirklich viele Content-Typen auch aufeinandertreffen, da musst du dann auf einmal, findest du dich auf einmal in einer Lage, wo du sagst, okay, wir haben verschiedene Post-Types eigentlich oder verschiedene Beitragstypen, die man auch strukturieren muss, die dann auch auf der jeweiligen Unterseite mit dem passenden Side-Pass belegt sein muss. Da muss auch die Ähnlichkeit der Beiträge richtig sein, damit das in der richtigen Untergruppierung oder in der richtigen Kategorie auch wieder gefunden wird. Das heißt, da muss man auch sehr stark mit Kategorien arbeiten und so weiter und so fort. Und solche Projekte blasen sich halt innerhalb von kürzester Zeit relativ groß auf. Und da glaubt dann immer jeder, uh, 10.000 Euro, das ist ja irrsinnig viel. Also zuerst einmal, 10.000 Euro ist zwar viel, aber da rennt auch dann dementsprechend viel Arbeit rein. Das ist, was einige komplett vergessen, was mich auch ein bisschen stört, so als Dienstleister, ist, die glauben, wenn man mal 100.000 Euro in einer Agentur macht oder so, dann ist das ja super und da verdienen wir ja richtig viel Geld und eigentlich zu viel, weil man könnte das auch ja viel günstiger machen, aber da rennt viel Arbeit rein und ist halt nicht so, als würde ich ein digitales Produkt oder irgendwas anderes verkaufen oder einen Online-Shop, wo ich das einfach immer wieder verschicken kann, aber nicht wirklich viel Arbeit dran habe, sondern da fließt viel rein in so ein Projekt. Ja, allein das Projektmanagement ist ein riesiger Part. Genau, das wollte ich einmal loswerden, weil ich glaube, dass das für jeden, das auch jetzt gut in so ein Freitagstalks-Video passt, weil, glaube ich, jedem einfach bewusst sein muss oder sein sollte, dass es nicht jetzt nur zwangsweise an WordPress liegt, dass eine Webseite 10.000 Euro kostet oder welches CMS du auch immer nutzt. Das kann Typo 3 sein, das kann ein anderes, das kann Trupal sein, das kann was anderes sein, das ist völlig egal. Es kann auch eine Wix-Seite mehr kosten. Nicht, dass ich das empfehlen würde, weil da einfach aus meiner Sicht kann man so wenig machen und einstellen, dass ich aus meiner Sicht nicht sehe, wie da eine Webseite, wie man die professionell anbieten kann, aber auch da kann es eben sein. Das Gleiche gilt für Online-Shops. Das unterschätzen die Leute, wenn man sagt, Online-Shops beginnen irgendwie bei uns bei 4.000, 5.000 Euro. Da fließt viel Einstellungsmöglichkeiten rein, aber da ist es fatal, wenn du ein paar wenige Einstellungen falsch triffst oder nicht richtig triffst, da wird der Kunde keinen Spaß damit haben und da muss man auch sehr stark auf die Performance achten, was dann auch noch ein letzterer Punkt ist, auf den ich eingehen möchte. Und zum Beispiel auch Performance, dass man da weiß, welche Plugins man nutzen kann, inwieweit man das Caching-System einbindet, wie man die Bilder optimiert, auch Bilder, allein schon die Bilder richtig auszusuchen nach Farben, die Bilder zu schauen, dass man die auf das richtige Format bringt, voroptimiert und so weiter. Da wird man oft einfach als Agentur, so als die Technik-Agentur abgestempelt, die sich darum kümmern muss und alle anderen sind die coolen Leute, die irgendwie das Konzept machen und was auch immer. Aber das machen wir auch alles, denn wir müssen genauso gut das Konzept können beziehungsweise erstellen können, denn wir müssen auch wissen, was technisch Sinn macht, was für den Kunden auch Sinn macht und bespreche das auch oft mit dem Kunden. Und ich biete auch oft dem Kunden eine andere Möglichkeit an. Also ich habe oft schon jemanden gehabt, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich möchte einen Online-Shop haben und ich habe ihm das ausgeredet und wir haben eine kleinere Lösung gefunden, um einfach zu starten, weil ich aus meiner Sicht das als sinnvoller betrachte. Und jeder, der mehrere Videos von mir schon geschaut hat, weiß, dass ich irrsinnig darauf bedacht bin, eine Optimierung mit reinzubringen in jedes Projekt. Das heißt, wenn es für mich halt wenig Sinn macht, dieser Vorgang, den der Kunde vorhat, dann versuche ich mit ihm eine klügere Lösung zu finden, wenn es eine gibt. Ansonsten, wenn er kommt und sagt, ich möchte einen Online-Shop haben und das ist genau das Ding und ich schaue mir das an und sage, ja, das macht eigentlich wirklich Sinn, dann machen wir natürlich den Online-Shop. Aber ansonsten gibt es oftmals kleinere Möglichkeiten oder schnellere und einfache Möglichkeiten, was auch den Kunden weniger kostet, um das eben auf die Bahn zu bringen. Genau, und das sind so diese ganzen Punkte, die da mit reinfließen. Deswegen kann das auch, wie gesagt, ich kenne auch Agenturen, die verkaufen gute Landingpages, die sie mit WordPress gemacht haben, was jetzt nicht heißt, wie gesagt, dass WordPress ein einfaches System ist oder so, im Gegenteil. Und die verkaufen das um 30.000, 40.000 Euro, die Landingpage. Und das kommt natürlich sehr stark auch auf den Kunden drauf an, was die Landingpage bringt. Ich meine, man darf nicht vergessen, wenn du eine gute Landingpage baust, die performance-stark ist, die Conversion-optimiert ist, wo das ganze Pixel-Tracking und generell das Tracking drinnen ist, wo das alles technisch funktioniert, wo die Anfragen funktionieren, wo das Formular gut funktioniert, wo vielleicht ein Multi-Step-Formular drin ist und durchdacht ist. Da rennt viel, viel, viel Kraft und Erfahrung mit rein, damit es auch eine gute Webseite wird oder eine gute Landingpage. Und das ist eben das, was dann auch eben so als Rattenschwanz hinten dran hängt, was viele am Anfang noch nicht sehen. Und die meisten, die das auch schreiben, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch gesehen, die zum Beispiel sagen, ja so, ja, was kostet, was soll ich überhaupt verlangen oder was auch immer. Das ist einfach ein Erfahrungswert, den habe ich am Anfang auch nicht gekannt. Das heißt, am Anfang habe ich mir auch gedacht, wie kann eine WordPress-Webseite 10.000 Euro kosten. Das ist ja irrsinnig schnell erledigt. Theme installieren, ein paar Unterseiten bauen und that's it. Aber da sind im Detail liegen da wirklich, wirklich viele Unterschiede. Und ich habe schon Webseiten gemacht, wo wirklich 100 Stunden plus reingelaufen sind und da habe ich nicht mal annähernd einen guten Stundensatz gehabt. Das heißt, es gibt ja auch immer Projekte, die mal weniger aufwenden, wenn man relativ schnell mit dem Kunden auf einen Strang kommt. Aber dann gibt es natürlich auch optimierungslastige Sachen, wo man auch einmal ein bisschen ausprobieren muss. Und ich meine, irgendwo muss das auch bezahlt werden. Also ich meine, ich lasse mir nicht alles bezahlen. Das heißt, ich lasse mir nicht bezahlen, dass ich da jetzt einen Kaffee trinke und mit euch einen Freitagstalk mache. Aber gerade bei Projekten und bei größeren Firmen ist denen das auch bewusst, also wenn man da länger dran sitzt, dass das einfach so eine Sache ist. Genau, das wollte ich heute mal loswerden, weil ich jetzt gerade beim Kaffee darüber nachgedacht habe und ich mir denke, dass jeder von euch einfach wissen sollte, das hat nicht irgendwas mit WordPress zu tun oder das hat nicht wirklich direkt etwas mit Sonstiges zu tun, sondern das hat viel mit Erfahrung, dein Standing, deine Expertise, die Kommunikation, wie baust du dein Unternehmen und so weiter auf. Deswegen gibt es einfach, es gibt ja auch in anderen Bereichen, du kannst einen Maler bekommen, der vielleicht 500 Euro kostet oder du kriegst auch mal einen Maler, der 2500 Euro kostet. Die machen an sich das Gleiche, aber das Resultat ist ein anderes beziehungsweise es hält länger oder ist auch unkomplizierter, weil sie einfach effektiver arbeiten. Aber das heißt nicht, weil ein Maler zum Beispiel effektiver arbeitet, dass ich eben weniger zahlen will, sondern wenn ein Maler effektiver arbeitet, bin ich auch bereit, mehr zu zahlen, weil dann denke ich mir, ja super, dann ist es schnell erledigt und ich will ja nur das Endresultat. Das ist genauso wie bei den Kunden bei uns, die wollen das Endresultat, das funktioniert. Was dahinter an Stunden reinfließt, das müssen wir ja wissen. Also ich kann meinem Kunden nicht sagen, oh, da sind so viele Stunden reingelaufen und kann mich dann darüber aufregen, wenn da mehr Stunden reingelaufen sind. Gut, das zu dem heutigen Talk-Video. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und dir auch mal ein bisschen die Augen geöffnet, auch was Preisgestaltung so weiter betrifft. Wenn du weitere solche Videos sehen willst, lass mir auch gerne ein Abo da beziehungsweise like das Ganze und gib mir dadurch ein bisschen ein Feedback. Ebenfalls, wenn du Interesse daran hast, eben professionell das Ganze anzugehen, schau auch mal kurz bei unserem Mentoring vorbei. Wir bieten das auch an, in geringer Auflage immer wieder, dass wir einfach Leute mit reinnehmen, die gut zu uns passen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt nur mehr einen wunderschönen Freitag beziehungsweise ein wunderschönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.